Alexandre Angers High Tension aus dem Jahre 2003 ist seit heute offiziell nicht mehr indiziert. Eine Nachricht, die uns Horror- und Filmfans natürlich sehr freut. Dieser Film gehört ja zu den großen vier der französischen Terrorwelle zusammen mit Insight, zusammen mit Mertiers und zusammen mit Frontiers waren das so vier ultra brutale Horrorfilme aus Frankreich. 2003 ist diese erschienen, 2013 kam dieses Mediabook raus, zumindest steht es hinten so bei den Daten. Ich habe das nicht mehr ganz genau im Kopf und jetzt 2023 zum 20-jährigen Jubiläum ist der Film endlich auch in Deutschland höchstwahrscheinlich bald an CAD verfügbar. Dementsprechend lohnt es sich natürlich hier nochmal einen Blick auf dieses Mediabook zu werfen. Schon ging es los, dass die Ersten das bei Facebook eingestellt haben und in anderen Sachen für 100, 120 Euro. Total irre. Man munkelt natürlich, dass es hier dann bald ein neues Mediabook geben wird. Ob dies dann ebenfalls von NSM sein wird, das wird sich zeigen. Und wen man eben diese Deindizierung zu verdanken hat. Bisher ist nach meinem Kenntnisstand noch nichts bekannt. Falls ihr da etwas wisst, ja, nicht irgendwelche Spielereien hier, wer es sein könnte oder Sonstiges, falls es hier irgendwelche zuverlässigen Quellen oder Informationen gibt, wer dafür verantwortlich ist und den Film demnächst rausbringt im Mediabook, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wir gucken uns jetzt einmal dieses Mediabook von NSM Records an. Es gab damals mehrere Cover-Motive. Ich habe mir echt den Arsch aufreißen müssen für dieses Cover damals noch, denn der Film zählt auch heute noch zu meinen fünf absoluten Lieblingsfilmen, Lieblingshorrorfilmen. Also genug gequatscht, gucken wir uns jetzt mal hier High-Tension an und haben eben hier ein Motiv mit einer Rasierklinge drauf. Ganz hier hinten in klein haben wir dann noch unseren Antagonisten, den Killer. Und hier oben haben wir dann den Schriftzug und die beiden Damen, die hier mitspielen. In dem Film geht es eben um die zwei jungen Frauen, die zusammen bei den Eltern der einen sind und dort bricht dann dieser Killer ein und tötet einen nach den anderen und macht dann Jagd auf die beiden jungen Frauen. Mehr mag ich da gar nicht großartig verraten. Hier unten haben wir dann noch den Regisseur dran stehen und eben Uncut Edition. Er war lange Zeit indiziert, aber nicht beschlagnahmt. Hier haben wir dann den Spine, NSM Records, High-Tension, hier ganz groß DVD, müsste jetzt auch nicht drauf sein, Blu-Ray-Disc-Logo. Dann haben wir hier eben die Rückseite, haben den typischen Aufbau mit einer Inhaltsangabe, dann noch ein paar Sprüchen von irgendwelchen Zeitschriften und dann haben wir da drunter noch ein paar Szenenfotos. Da komme ich noch ein bisschen näher ran. So, dann habt ihr das toll gespielt von allen drei Hauptcharakteren sozusagen, die hier mitmachen. Vor allem der Antagonist auch richtig stark. Dann haben wir hier unten noch die technischen Daten, ja, ungefähr 91 Minuten Laufzeit, eine DTS-HD Master 5.1 Tonspur und wir haben noch jede Menge Extras hier mit Making-Offs, Interviews, Trailer und so weiter und so fort. Und ein zwölfseitiges Booklet, ja Wahnsinn, von Nando Rona. Ja, also, dann schlagt man das Ganze einmal auf, können uns hier dann schon mal die erste Seite des Booklets angucken. Ja, jetzt nicht das spektakulärste Bild, aber noch okay. Die Blu-Ray ist eigentlich ganz schön gelabelt hier mit unserem Killer drauf. Das passt und darunter haben wir dann den Innenprint, der geht von der Vorderseite zur Rückseite. Hier haben wir dann eben nochmal die DVD mit dem Motiv, das wir auch auf unserem Media Book haben. Und hier hinten haben wir dann eine unserer Mädels gefangen und gefesselt. Ja, so schaut das Ganze aus, legt man dann hier auch gleich wieder schön rein. Ja, verarbeitet, dass das Ganze hier so reingeklebt. Hier ein paar leichte Risse geht noch und man muss sagen, also das ist wirklich mega, mega dünn, das Teil. Ja, auch nur zwölf Seiten Booklet. Und ihr seht es hier, also dünner geht es eigentlich kaum, aber an sich sonst recht ordentlich verarbeitet. Oberblick, natürlich ohne Ende, so dünn wie das ist. Und hier auch der Steg. Also kein hochwertiges Media Book. Dann können wir noch kurz einen Media Book Vergleich machen und zwar High Tension von 2013. Und hier der rosa-rote Panther alias Bad Moon aus dem Jahre 2022. Legen die beiden mal aufeinander hier und gucken uns hier oben das Ganze einmal an. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass das Booklet halt nur zwölf Seiten hat und hier Bad Moon 24. Dennoch sieht man aber eindeutig, wie dünn das damals war. Ja, also das hat sich schon verändert, aber nicht mega mäßig viel. Da haben ja andere Labels eine ganz andere Evolution sozusagen durchlaufen, wenn es um ihre Media Box geht. Speziell was die Pappe hier angeht. Speziell was den Spine angeht. Den Steg sozusagen. Also hier sieht man es. Aber ansonsten von der Höhe und alles, da kannst du echt nicht meckern. Ja, das ist mega akkurat hier. Das passt wunderbar zusammen und wenn ich ins Regal gucke, dann ist auch die Höhe hier bei NSM richtig konstant. Und das, was ich vorhin angesprochen habe mit der DVD hier, diese Nummer, die ist auch hier überall drauf. Zumindest bei allen Media Books, die ich besitze in meiner Sammlung. Also von daher sieht man, das ist auf jeden Fall konstant. Ja, zehn Jahre. Okay, schlagen wir das Ganze nochmal auf und gucken uns dann das Innenleben an. Hier geht es dann los. Eine Nacht der Gewalt, ein Blick auf High Tension. Dann wird hier schön erzählt, was für ein Schlag in die Magengrube der Film doch ist. Und eigentlich mehr, dass der Film einen richtig verprügelt und nicht mehr loslässt, nachdem man ihn auch gesehen hat. Der Film wirft natürlich viele Fragen auf. Und deswegen wird es von mir dann, wenn ich es schaffe, auch eine Spoiler-Review dazu geben, wo ich versuche, aus meiner Sicht einige Sachen zu erklären und meine Interpretationen hier euch mitzuteilen. Über den Film kann man ja auch sehr viel diskutieren. Dann haben wir Vater der drei. Hier geht es eben darum, dass der Film eben diese Terrorwelle ausgelöst hat in Frankreich. High Tension damals mit eben Filmen wie Inside und Frontiers hier. Dann gab es auch noch ein paar andere Filme wie zum Beispiel Caged hier oder die Horde. Die kamen aber alle nicht mehr an diese Qualität dieses Films ran. Der Film hat schon im Titel Hochspannung und hält auch das, was er verspricht. Allein die Szene hier im Haus, wo der Killer dann auftaucht, ist ultra brutal spannend. Dann haben wir hier noch schönes Produktplacement sozusagen, wie Tell. Und dann geht es hier selbstverständlich noch um die Gewalt, wie diese inszeniert ist und dass es sich hier um einen ernsten Film handelt und nicht einen typischen Slasher, wo die Gewalt dann auch noch unterhält und Spaß macht und so. Wir nur darauf warten, dass Jason hier einen killt oder Freddy oder Michael Myers. Dann haben wir noch zurück aus der Vergangenheit. Hier geht es eben um Giannetto de Rossi. Das ist eben der Spezialist für die alten praktischen Effekte. Hat sich in den 70er und 80er Jahren einen Namen gemacht. Hat die Geisterstadt der Zombies gemacht, wie wir hier lesen können. Voodoo und auch das Haus an der Friedhofsmauer. Und der Film überzeugt ja auch in erster Linie durch seine absolut glaubenswürdigen Practical Effects. Die Wunden, die man da sieht. Also das ganze Blut und alles. Boah, das tut weh nur vom Hinschauen. Dann haben wir den Ruf des Hollywoods hier drin. Dass Alexandre Ascher dann eben nach Hollywood gegangen ist. Das ein oder andere Remake gedreht hat mit The Hills Have Eyes. Oder auch bei Mediac mal produziert hat. Ja, genauso wie bei P2. Dann war er bei Mirrors hier noch am Start auf dem Regiestuhl. Dann ging es weiter auch noch mit Horns. Ja, mit dem Harry Potter Star Daniel Radcliffe. Und zu guter Letzt haben wir dann noch das Ménage à Trois. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Eben diese Dreiecksbeziehung zwischen den beiden Damen und dem Killer hier. Ja, einen klitzekleinen Absatzfehler haben wir dann zumindest auch noch hier. Und zwar, ihr seht es, hier ist ziemlich viel Platz. Und der Satz endet dann auch nur nach einem Wort hier. Einer Ménage à Trois, einer Dreiecksbeziehung. Da wird das Ganze eben erklärt, was dieses Wort heißt. Stehen dennoch zwei Frauen und ein Mann im Fokus. Ja, also von daher gab es damals auch schon. Auch wenn es nur zwölf Seiten sind, ja, ist natürlich jetzt nicht das mega große Booklet mit dem mega großen Textinhalt. Dennoch hier immer spannend zu lesen. Vor allem bei so älteren Filmen. Und hier dann noch ein paar Tipps zu bekommen, wenn man eben auf solche Filme steht und den ein oder anderen vielleicht noch nicht gekannt hat von den französischen Filmen, die hier dann noch mit aufgezählt werden und genannt werden. Vielleicht dann auch noch interessant für Leute, die eben gerne in Booklets auch Filmtipps stehen haben. Das liest man auch ganz oft eben ein paar Informationen, die man jetzt nicht unbedingt bei IMDb oder Wikipedia lesen kann. Und auch eben Filmempfehlungen. Wenn einem dieser Film gefällt, welchen Film kann man da noch empfehlen, der in diese Richtung geht. Text Nandorona, Lektor hat man hier auch noch mit dabei. Das steht heutzutage so gut wie nirgendswo mehr dran. Und dann sind wir auch schon durch mit den zwölf Seiten Booklet. Ja, also wenn man das am heutigen Maßstab so nimmt, die Mediabooks, ja, was für Dicke die teilweise haben, wie die verarbeitet sind, Veredelungen oder sonstiges. Aber vor zehn Jahren sah das Ganze noch völlig anders aus und man war auch völlig zufrieden damit. Und zahlt für so ein Teil 120 Euro. Also man kann ja verlangen, wie viel man will. Man muss halt einen finden, der das bezahlt, das ist auch klar. Aber das ist schon total irre. Also Freunde, irre geile Nachricht, irre geiler Film kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, demnächst dann auch meine Review und Kritik dazu. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus.